Hi. Na? Wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Oh, das ist normal, dass du dich an gar nichts erinnern kannst. Es ist vielleicht auch besser so. Was du fürs Erste wissen solltest, ist, dass du in meinem Schlafzimmer bist und dass du gleich einschlafen wirst. Das sind die zwei Dinge, die dich gerade interessieren sollten. Alles andere ist sowas von irrelevant für dich. Okay. Also vergiss alles, was dir gerade im Kopf herumschwirrt. Du wirst gleich einschlafen. Und ich glaube nicht, dass du deine ganzen Gedanken, Ängste und Sorgen mit in den Schlaf nehmen willst. Nein? Okay. Also, ich habe dich heute, sagen wir es mal, entführt, um ein paar Trigger mit dir durchzuführen. Insofern ist es besser für dich, wenn du nicht weißt, wer hinter der Maske steckt. Okay. 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 Ja, das ist legal. So. Ich gebe dir jetzt Kopfhörer, die wirst du aufsetzen müssen, damit sich alle Trigger für dich wie viel intensiver man hört. Verstanden. Gut. Die sehen schon ein bisschen räumig aus, ich weiß. Du bist nicht der Erste. I'm sorry. Okay. 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 So. Ich werde mich natürlich auch wirklich einsetzen. Und wir beginnen. Dasin. Okay. Okay. So. haulal ich wieder quen. 15 Minuten pro Jahr. Trigger. Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... ... Ich möchte nicht zählen, okay. Ich bin hier nicht um zu quatschen. 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 Du weißt schon, dass du nicht grundlos hier bist, sondern das ist ein Grund für deine Entführung gibt. Hast du vielleicht eine Ahnung, was in letzter Zeit los war, warum du heute hier vorzuwenden bist? Okay, lass mich dir auf die Sprünge helfen. Und ich sag's einfach, du mein Freund hast dich die letzten drei, vier Tage nicht an deine Schlafenszeit geil. Wenn du die Tage wieder arbeiten musst oder irgendwo früh hin musst, dann wird dein Schlafrhythmus richtig im Arsch sein und du wirst nicht aufstehen können. Und darum bin ich heute hier, um dir da so ein bisschen Hilfe zu leisten. Dann bin ich heute wieder, um mir heute weniger. Mit meinen, meinen liebsten sind mir heute weniger. Ja. Es ist so schön. Vielen Dank. 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 Eine Sache hätte ich für dich noch. Oh ja. Genau, genau das Richtige jetzt. Bist du bist du bereit. Okay. 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 Okay.